so macht euch schon mal auf viel story gefasst die gleich kommen wird oh mein healthbalken ist komplett voll das ist komplett super und wenn ich keine keine ration mehr habe aber und voller healthbalken wird mich erst mal durch spiel geleiten bis ich die nächste ration zack sehr schön nachher hier gab es auch noch tauch action schon fast vergessen und ab geht's und natürlich auch schöne minen action wer legt denn hier minen hin was denn das hier für munition keiner weiß es jetzt lang jetzt lang nach oben und dann die tür noch so schwer was sieht ich glaube wenn immer dann an mir dran klebt hinten wo hier liegt was war die armor gut gemacht chaos gut gemacht völlig zufällig aber gut gemacht die body armor schützt mich gegen kugel oder an sich vielleicht damage war hier nicht auch gerade nimmt ja gut zu wissen muss ich nämlich hier lang glaube ich hoffe ich ja das mit emma das wird echt echt schwierig so body armor kann ich dran lassen sieht cool aus in der sequenz sag ich mal so wollen die tor 1 tor 2 oder tor 3 hier nicht hier nicht haha okay ich habe es nämlich glaube ich noch nie geschafft alle dings aufzumachen weiß nämlich gar nicht ob nicht noch was versteckt ist denn wenn man die tür mit emma aufmacht dann beginnt natürlich sofort aha ein buch ein schmuddel heft quasi dann beginnt sofort die zwischensequenz und man kommt hier glaube ich nicht noch mal hin bin mir gerade nicht sicher deshalb c4 brauche aber keine sau was kann ich mit c4 machen jetzt mal drüber nachdenken so es ist einer von den beiden türen ich glaube es die rechte nein es ist die mittlere naja vielleicht kann ich mit c4 hier irgendwie ihren weg freispringen naja geht's sind wir alle gut wie sind Sie? Rhyden ich bin rausgekommen rausgekommen? du bist ein blitziger woher du mich aufhören? was redest du dich? ich bin hier mit Hilfe Hier, ich werde es tun. Hast du Nanos? Was? Hast du? Ich habe. Jeder auf diesem Projekt hat sie. Okay, gut. Mal versuchen. Kannst du mich jetzt hören? Nanocommunikation? Das stimmt. Ich habe Nanomachines, auch. Dann bist du nicht einer von ihnen. Das habe ich versucht, dir zu erzählen. Und du kamst du mich zu retten? Ich brauche deine Hilfe, um Arsenaal zu stoppen. Ich verstehe, du bist der einzige, der kann das tun. Und wer hat das gesagt? Der Präsident. Ich brauche dich mit mir zu Shell 1. Dein Bruder ist für dich da. Mein Bruder? Komm schon, wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Der Ort wird bald geflogen. Wir müssen gehen. Ich kann... Ich kann nicht schwimmen. Ich kann uns ja wissen. Wir müssen gehen. Ich Lilium war damit her. Ich weiß es wie sie. Hör sie zu gehen. Duer Bruder ist eigentlich hier? Genau. Er ist hier, um dich zu verstecken. Ich glaube nicht. Er wird niemals wieder für mich. Und ich sage dir, er ist hier. Er ist hier, die uns, in Shell 1. Nein. Er hat mir geblasen. Meine Mutter... When we needed him the most, when my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get out of here. No, I hate water. It's hopeless. I can't swim. I can't swim. You can do it. I can't. Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. Endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. First we'll head to Filter Chamber 2, then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Hang on tight. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. One, two, three. Wait! What is it? Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. Hmm? I wear them for show. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I like, who used to wear them. Your first boyfriend? No. Somebody more important. Anyway, they bring me luck. I see. Okay, let's go. So, na dann. Wir brauchen jetzt viel Glück. Und sind natürlich sofort unter Wasser. Okay, schön unten bleiben. Und hier können wir uns erstmal auf verschnaufen. So. Müssen wir uns so rumdrehen. Ist schon mal gut. Und ich habe mir Emmas Balken deutlich kleiner vorgestellt. Von wegen Luft und so. So. Das erste Mal haben wir schon geschafft. Aber das war ja auch das kleinere Übel. Wir müssen jetzt Emma an die Hand nehmen. Und hinter uns herschleifen. Denn ihre Beine sind nicht in Ordnung. Aber jetzt geht's eh gleich wieder mit der Story weiter. Das wird das mal öfter so passieren. Das war ja auch nicht. Das war ja. I remember your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear agains his back, I could hear his heartbeat. Sieht so, dass Sie nahe sind. Wir waren, damals. Wir waren Kinder in der zweiten Begründung des Eltern. Wherever mein Bruder ging, ich war mitgebracht. Mein Bruder hatte keine Freunde nahe, also er war für mich. Wir beide wollten so sehr lieben, so sehr, dass wir so pretend. So pretend? Ja, wir so spielen. Mein Bruder war der Mann, und ich war der Frau. Aber es war immer so make-beliebe. Wir waren nur Kinder. You know what I mean. Ich habe nie eine Familie, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Raiden, was ist Ihr Status? Colonel, ich habe Emma Emmerich hier. Wir haben versucht, zu vermeiden. Wir schrauben. Good job. Get her over to Shell One, so schnell wie Sie können. Das wird schwer sein, mit der Verbindungsbrüche auf der Oberfläche verletziert. Nicht Olga gesagt, etwas über die Ölfenster auf dem Boden von Strut L? Ja, ich erinnere mich. Du solltest, auf dem Weg gehen. auf dem Strut L gehen. Versuch, nach dort. Was für Emma? Sie hat sich mit etwas injektiert, und sie kann nicht gehen, ohne Hilfe. Geh sie mit dir. Geh sie mit dir. Geh deine Hand von irgendwelchen auf dem Weg gehen. Jetzt geht es für Strut L. Wir gehen. Wir gehen. Raiden, wir infiltraten die Computer Room. Was ist Ihre Situation? Emma ist safe. Wir gehen. Wir gehen. Ah, gut job. Shell One ist verletziert. Es sieht aus, alle sind in der Arsene. Ich habe zu schauen, aber nichts kann ich tun. E.E. ist unsere einzige Hoffnung. Genau. Ich werde sie auf, dann. Huh? E.E.? Wie? Ich benutze mein Codec als Relay. Hier ist sie. Wie? E.E., ist das du? E.E. E.E. Warum bist du mit Metal Gear? Huh? Du kennst unsere Familie's darken Geschichte, und immer mit dir? Was ist mit dir? Ich sollte es wissen. Ich habe dich verletzt. 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 E.E.? Du mich verletzt hast. Nein, das ist nicht was passiert. Okay, das ist genug. Wie bist du? Ich bin ein Freund von Otakon, Emma. Otakon? Ich habe dich mit der Rivalität. Das ist nicht das, was das ist. Wir haben nicht Zeit für das. Raiden, sie kommen hier jetzt. Ich... Ich... Ich habe dich verletzt, Snake. Ich gehe da mit Emma. Ich gehe da mit Emma. Ich gehe da mit der Rivalität. Aber ich sage dir, dass du vorsichtig bist. Sicher, Emma kommt hier in einem Stück. Raiden. Geh dir meine Freundin. Keine Angst. Ich werde sie da. Ich gehe dich da. Ich werde deine Freundin dort полностью Except Teilen verletzt.